Was die Mütte bekommen hat von der Müttegrabe im Vorfeld, ausser dass es immerhin mit einer Lady heisst. Aber wir haben uns auf jeden Fall gedacht, wir wünschen uns, dass das wirklich besonderer Maler wird. Nicht nur für euch, sondern für uns auch. Und ein Gedanke von ist, dass wir nicht alleine da sind, sondern zwei absolut wunderbare Gäste dabei haben. Und ich möchte auch nie kurz vorstellen. Zum einen ist mal ein Herr aus der Schweiz, der schon seit vielen Jahren ein guter Freund ist von uns, der schon auf diversen von unseren Alben Hackbräten gespielt hat, wo der Tulsiberg, wie sie auf Englisch heisst. Da bitte ich meine Damen und Herren für einen fetten Applaus für den Freddy gespielt. Und zum anderen eben so ein alter und guter Freund, der auch schon auf zumindest einem von unseren Alben gespielt hat. Und es ist eine echt grosse Ehre, er kommt aus Irland. Jetzt eine wahnsinnig illustriere Geschichte. Musikalische Karriere hinter sich, inklusive sogar in einer mehrwöchigen Nummer 1 single charted Irland. Und es ist echt eine richtig fette Ehre. Und der Tin und Lowest, mit der L-Pipe, ist Mr. Bracken-Waite. Die nächste Song, das nächste Tune für euch, ist ein träumisches Tune in Skalien. Und in einem alten, alten Wort, das dann zu euch sein wird, liegt ein Stück, uralte Hellige Male. Das ist voll. Von uns. Von uns. Aber es könnte so eine Rufoldi-Ressi aussehen, so. Ja, das ist ja auch der Ort. Oh, es ist ja auch der Ort. Oh, es ist ja auch der Ort. Oh, es ist ja auch der Ort. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018